Heute Abend werdet ihr die Bude gründlich scheuern müssen. Ist wieder viel verschüttet worden. Natürlich, Mama. Habt ihr die Preise erhöht, Carlotta? Das musste ich. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Was kann ich für euch tun? Es gibt nur noch halb so viele Straßenpatrouillen. Dies ist eine ohne an Himmelsrand zu schlaghafte Beschützer. Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Seid ihr sicher? Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Schnell. Kommt mit mir. Wo uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Trevel zeigt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser Entfüllter, so wenn Garde der Gang. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ich... Ich schneide euch in Stücke. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir. Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Alt-Miri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wie mich sonst trauen könnte. Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmeribund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Diese Männer sind skrupellos. Gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann ihr in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jahl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Komm zu mir, sobald die Alikir erledigt sind. Die Alikir sind nahe. Die Alikir sind nahe. Fürchtet euch nicht. Ob Drache oder Riese, wir werden mit allem fertig. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Stunde unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flusswald zu sein. Die armen Leute da haben nicht mal eine Mauer. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Was guckt ihr denn so? Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt, also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Mhm. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oder könntet ihr... Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Ihr kauft mir einen Weg hier raus, und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem. Nicht meines. Wache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! Tut mir leid, ich will mich nicht... Ich kann euch nur nichtOUR- equipen, wenn ich nur aufrecht tröten. Ich kann euch nicht mehr... Ich kann euch nicht mehr überdenken. Ich kann euch nicht mehr überdenken, sondern ich muss nie wissen, dass ich das hier Cross-Cirche kann. Denn ich weiß nicht, dass ich nicht mehr so gemacht habe. Und du kannst mich nicht mehr überhören, ob ich Penske, wenn du kein Problem dafür vertreten. Und du kannst ihn mit Corona-Cirche. Und du kannst dich mit dir so auch nicht zu tun. Ich kann dich bestóp Cristianum, mir das nicht mehr zu dir. Diese Graumin sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmittel unterstützen, kriegen sie was sie verdienen. Die Sturmmittel werden die Sturmmittel verwendet. Nein, tut mir leid. Nichts. Nein, tut mir leid. 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 Ich warte auf einen würdigen Tod. Nein, tut mir leid. Nein, tut mir leid. Nein, tut mir leid. Nein, tut mir leid. Was? Nein, tut mir leid. Nein, tut mir leid. Nein, tut mir leid. Nein, tut mir leid.